Ich bin im Gespräch mit Tatjana. Sie hat eben mit ihrem Vorhaben Skill&Deal beim Rheinland-Pitch den zweiten Platz belegt. Tatjana, was macht Skill&Deal? Skill&Deal ist ein Online-Marktplatz für Lernevents und passende Locations dazu. Das heißt, wenn Sie einen Kurs anbieten möchten bzw. eine passende Location für Ihren Kurs suchen, sind Sie bei Skill&Deal herzlich willkommen. Sie können Ihr Angebot einstellen, Sie können schöne Angebote finden, Sie können Location-Angebote einstellen und Locations auch für Ihr Vorhaben finden. Ist Skill&Deal bereits aktiv? Gibt es das schon? Wir sind im Moment in der Programmierung der Beta-Version und gehen dann im Juni 2014 online mit der ersten Version. Also in sechs bis acht Wochen? Absolut, richtig. Wie ist da die Einnahmestruktur? Muss irgendjemand zahlen? Wie macht Ihr Geld? Wir sind ein Vermittler, das heißt pro Transaktion fallen 10% Provisionen an. Die dann durch den Kursanbieter zu zahlen sind. Das heißt, der Interessent geht auf die Plattform drauf, sucht seinen Wunschkurs, bucht ihn, bezahlt ihn und nach dem Kurs bekommt der Kursanbieter auch das Geld überwiesen. 10% behält die Plattform als Provisionen. Seid ihr auf irgendeinem Bereich spezialisiert? Sport, Hacklen, Stricken? Das ist eine sehr gute Frage. Wir fangen tatsächlich mit drei Verticals an und bitten im ersten Schritt als Skill kreativ an Kurse im Handwerkbereich, das heißt Sticken, Stricken, Malen, als Skill lecker, Gastronomieangebote, kochen, backen, Plätzchen verziehen und als Skill fit Angebote im sportlichen Bereich. Okay, wie kam es zu der Idee, Skill and Deal zu gründen? Das war in 2012. Da habe ich tatsächlich mit zwei damaligen Arbeitskollegen von mir an einem Plätzchenbacke-Kurs teilgenommen in Düsseldorf. 70 Euro pro Person. Leider habe ich nicht so viel gelernt, war sehr enttäuscht von dem Kurs und habe dann von meinem Misserfolg in meinem Bekanntenkreis erzählt, unter anderem auch einer Freundin von mir, die zu mir meinte, Tatjana, warum hast du mich vorher nicht gefragt? Ich kenne doch Heike. Heike kann wunderbar Plätzchen, Cantuccini und alles Mögliche backen. Sie hätte dir das alles beibringen können. Meine spontane Idee war, frag doch Heike, ob sie mir und noch zwei Arbeitskollegen von mir einen Kurs geben kann. 70 Euro zahle ich nicht mehr, aber wenn Heike mit 20 Euro pro Person einverstanden ist, sind wir dabei. Heike war sofort einverstanden. Wir hatten einen wunderbaren Nachmittag. Heike hat 60 Euro verdient. Wir haben sehr viel gelernt und ich war so von diesem Nachmittag begeistert, dass ich für mich meinte, ich wollte noch fotografieren lernen und Aquarell malen und noch ganz viele Sachen. Es gibt bestimmt eine Plattform, wo ich solche Angebote finden kann. Ich habe recherchiert, ich habe gesucht, ich habe nichts gefunden und dann habe ich für mich beschlossen, wenn es noch nicht gibt, dann mache ich so eine Plattform. Also du hast jetzt die Plattform gebaut, um viele Heikes zu finden. Hört sich spannend an. Wir wünschen viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Vielen Dank, Lorenz. Vielen Dank.